Was gibt es? Wird umgehend durchgeführt. Zack. Und muss er noch irgendwo tauchen? Ne, im Moment nicht. Auf dem Weg. Kann er erstmal wieder an Land gehen. Fahrzeug 4 hört's, alles klar. Und der hebt das Fahrzeug aus dem Wasser. Fahrzeug 21 ist schon unterwegs. Ja. Wird ausgeführt. Auf dem Weg. Wird gemacht. Wird umgehend durchgeführt. Der holt sich jetzt hier nochmal eine Rettungsschere und dann können wir das Auto aufschneiden hier. Ihr hört. Entschuldigung, dass ich noch ein bisschen ruhig bin im Moment. Aber ich will nicht nochmal versagen, so wie in der letzten Mission. Kein Problem. Höre. Schon unterwegs. Höre. Ist in Arbeit. So, der Arzt geht hier runter. Umgehend durchgeführt. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Fahrzeug 2 hört's. Fahrzeug 14 hört. Fahrzeug 14 hört. Fahrzeug 4 hört. Wird unterwegs. Fahrzeug 17 hört. Ja. Jawohl. Fahrzeug 4 hört. Was gibt so, dass wir jeden Augenblick auseinanderbrechen? Ist sie schon evakuiert? Nein, ist sie nicht. Okay. Wird umgehend durchgeführt. Auf dem Weg. Weil kann sie noch nicht. Mein Gott. Bau schneller. Na klar. Höre. Was gibt's? Gehst denn Arbeit. Gehst du gut. So, das Boot haben wir jetzt aber gleich, glaube ich, evakuiert, ne? Hoffentlich. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Also, auf jeden Fall da vorne. Fahrzeug 21 hört. Höre. Bin unterwegs. Höre. Bin unterwegs. Fahrzeug 12 auf dem Weg. Ja. Fahrzeug 4 hört. Ja, bin unterwegs. Fahrzeug 20 hört. Wo ist denn jetzt hier? Willst du mich verarschen, sag mal? Wo sind jetzt hier die Ärzte denn? Da hinten. Ja? Ja. Also, manchmal verstehe ich die KI eindeutig nicht. Fahrzeug hier hört. Ja, okay. Was gibt's? Wie ist denn das Ding hier nochmal verarschen? Fahrzeug 4 hört. Auf dem Weg. Ja. Vorsicht. Da hinten auf der Brücke ist alles instabil. Sie wird jeden Moment auseinanderbrechen. Ja. Ja. Fahrzeug 5 hört. Hör. Ja. Wird umgehend durchgeführt. Höre. Wird umgehend durchgeführt. Ja. Wird ausgedrückt. Wird ausgedrückt. Ja. Den hier noch. Bin unterwegs. Warum geht... Ich frage mich. Ist er jetzt fertig? Oder brauche er noch ein Stück? Natürlich brauche er noch eins. Weil... Passt ja nicht. Ist denn Arbeit. So, hier den vierten. Auf dem Weg. Und dann zurück ins Boot. Boot. Warum geht er nicht einfach... ...wie ich vorher... Also... Na... Pass auf, jetzt bräuch ich das zusammen und dann bricht die Brücke ein. Ne, doch nicht. Wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug 21 hört. Ist in Arbeit. Oder doch. Wow. Weil, wär ja sonst zu langweilig. Ja. Gut. Fahrzeug 21 hört. Schon unterwegs. Das Boot sammelt die beiden hier mal auf. Ja. Zack. Ja. Und der Taucher geht hier mal auf Tauchtation. Fahrzeug 4 hört. Der kommt schon unterwegs. Hier hoch. Fahrzeug 21. In Ordnung. Im Wasser befinden sich keine Personen mehr in Gefahr. Ist in Arbeit. Ja. Höre. Auf dem Weg. Wird umgehend durchgeführt. Wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug 20 hört. Schon unterwegs. Die Zahl der Opfer steigt zu sehr abgeführt. Wir benötigen dringende Verstärkung. Fahrzeug 15 hört. So, die Krankenwagen kommen hier rüber. Fahrzeug 20 hört. Dann der Arzt. Kommt hier hin. Wird gemacht. Aufsteigen. Wird gemacht. Und versorgen. Fahrzeug 202 hört. Höre. Ist in Arbeit. Tot. Höre. Wird umgehend durchgeführt. Los geht's. Tot. Höre. Auf dem Weg. Wird umgehend durchgeführt. Höre. Auf dem Weg. Wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug 16 hört. Höre. So, der steigt da oben wieder ein. Fahrzeug 9 hört. Die drei Kollegen. Fahrzeug 9 hört. Fahrzeug 9 hört. Die kommen erstmal hier rüber. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Fahrzeug 4 hört. Alles klar. Auf dem Weg. Fahrzeug 6 hört. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Fahrzeug 9 hört. Fahrzeug 9 hört. Auf dem Weg. Fahrzeug 9 hört. So, das Boot kommt erstmal hier zur Seite. Fahrzeug 7 hört. Fahrzeug 7 hört. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Fahrzeug 15 hört. Bin unterwegs. Dann kommt... Da ist der Taucher. Ist da noch ein Fahrzeug? Ne, ne? Ne. So weit ich weiß nicht. Fahrzeug 4 hört. Höre. Verstanden. Der Taucher kommt erstmal hier hin. Fahrzeug 4 hört. Alles klar. Was gibt. Wird ausgeführt. Fahrzeug 6 hört. Die beiden steigen aus. Der ist tot. Der kommt mit. Höre. Wird gemacht. Bin unterwegs. Wird umgehend durchgeführt. Der ist tot. Der kommt mit. Was gibt. Wird umgehend durchgeführt. Ist in Arbeit. Fahrzeug 6 hört. Fahrzeug 6 hört. Und, wieder 2 weg. Bin unterwegs. Fahrzeug 6 hört. Fahrzeug 6 hört. Fahrzeug 6 hört. So Feuerwehr Auto kommt hier rüber. Hier unten hin. und der Arzt geht auch mal nach unten und dann habe ich da unten noch 3 fahrzeug 11 hört, fahrzeug 13 hört, fahrzeug 7 hört, fahrzeug 8 hört, fahrzeug 8 hört fahrzeug 8 hört, fahrzeug 9 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 hört, f Wird umgehend durchgeführt. Ja, bin unterwegs. Er lebt hoffentlich auch noch. Ist in Arbeit. Fahrzeug 11. Zwar ganz schwach, aber er lebt noch. So, dann haben wir hier drüben eigentlich schon mal alles abgeflucht. Fahrzeug 11. Bin unterwegs. Wird umgehend durchgeführt. Wird umgehend durchgeführt. Wird umgehend durchgeführt. Der schneidet da auf. Der andere schneidet das andere Auto auf. Und danach gehört. Der Kran. Den schicken wir erstmal hier hin wieder. Fahrzeug 11. Wird ausgeführt. Wird umgehend durchgeführt. Ja, ausgeführt. Fahrzeug 11. Wird unterwegs. Fahrzeug 20. Wird. Schon unterwegs. Ist tot, nicht? Fahrzeug 15 wird. Auf dem Weg. Fahrzeug 7. Wird verstanden. Was gibt's? Wird ausgeführt. Mitgemacht. Okay. Höre. So, dann noch die beiden Autos hier aufschneiden. Fahrzeug 20. Haben wir verstanden. Fahrzeug 20. Höre. Bin unterwegs. Wird ausgeführt. Was gibt's? Nun unterwegs. Fahrzeug 7 hört. Fahrzeug 5 hört. Was gibt's? Bin unterwegs. Zack. Und der letzte kommt hier hin. Und dann müssten wir es eigentlich geschafft haben, oder? Hoffe ich doch zumindestens. Höre. Bin unterwegs. Was gibt's? Der kommt da rein. Der kommt da rein. Im Weg. Der Arzt kommt nochmal nach oben. Höre. Ist in Arbeit. Und untersucht die Person hier. Was gibt's? Ja. Gut gemacht. Wen unterwegs. Ja. Schon unterwegs. Du kannst hier ins Auto einsteigen. Und du Taucher auch. Gucken wir uns mal die Ziele an. Eben kurz hier noch ein Fahrzeug aus dem Wasser bergen. Hä? Hä? Wo ist denn hier noch ein Fahrzeug? Verstanden. Der wird dann jetzt wohl tot sein, ne? Hä? Gut. Bin dabei. Hier nochmal. Hier nochmal. Vielleicht tauchen. Aber da war der jetzt schon zweimal tauchen, ne? Hä? Wo ist denn da noch? Verstanden. Wir gucken da mal einfach. Sonst wüsste ich jetzt keine Stelle, wo noch ein Fahrzeug wäre. Ja? Wird ausgeführt. Ja? Ja? Auf dem Weg. Fahrzeug schafft. Wird umgehend durchgeführt. Ja? Auf dem Weg. Auf dem Weg. Fahrzeug 5 hört. So, der kommt auch wieder hier rüber. Fahrzeug 1 hört. Und der Hubschrauber kann dann auch erstmal abzischen. Fahrzeug 20 hört. Auf dem Weg. Fahrzeug 20 hört. Hm. Wo ist denn hier bitte noch ein Fahrzeug? Da ist doch nichts mehr drin, oder? Wisschen kann man ja da durchgucken. Aber ich sehe hier nirgends wo ein Fahrzeug. Egal, soll er mal tauchen? Ja? Bin unterwegs. Geht nicht doch noch aus. Schon unterwegs. Wird ausgeführt. Ah, hier vorne. Fahrzeug 4 hört. So, dann kommt der Kran hier vorne hin. Fahrzeug 5 hört. Und dann holen wir nochmal nen Krankenwagen. Ja. 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 Gut, Arzt kommt rüber. Fahrzeug 20 hört. Eingetroffen. Und dann haben wir es glaube ich. Hoffe ich. Fahrzeug 4 hört. Ja, da ist es. Alles klar, höre. Da ist die Bubel. Bin unterwegs. Auf dem Weg. Fahrzeug 4 hört. Höre. Ja. Ja. So, der holt sich nochmal ne Schere. Er kann wieder einsteigen. Auf dem Weg. Höre. Bin unterwegs. Fahrzeug 3 hört. Sie haben alle Fahrzeuge aus dem Wasser geboren. Gut gemacht. Fahrzeug 4 hört. Fahrzeug 2 hört. Bin unterwegs. Auf Quartier. Ich räume dann immer meistens so ein bisschen nochmal auf. Fahrzeug 22 hört. Wenn es geht, wenn es in der Zeit drin ist. Fahrzeug 4 hört. Ja. Mit umgehen durchgefahren. Bin unterwegs. Mit gemacht. Fahrzeug 20 hört. Auf dem Weg. Fahrzeug 22 hört. Schon unterwegs. Fahrzeug 4 hört. Kein Problem. Ja. Bin unterwegs. Ja. Mit umgehen durchgefahren. Fahrzeug 4 hört. Alles klar. Fahrzeug 5 hört. Wenn es in der Zeit drin ist. Da bist du. Fahrzeug 20 hört. Höre. Gut gemacht. Schon unterwegs. Fahrzeug 4 hört. Schon unterwegs. Der kann zum Hauptquartier zurück. Und dann haben wir es doch recht gut gemeistert, finde ich. Okay, sie ist jetzt tot. Wäre ich dann aber auch, glaube ich. War jetzt nicht so überraschend. Fahrzeug 5 hört. Fahrzeug 5 hört. Umgehen durchgefahren. Fahrzeug 5 hört. Schon unterwegs. Fahrzeug 20 hört. Wir sind unterwegs. Fahrzeug 22 hört. Und auch der letzte Krankenwagen fährt zum Hauptquartier. Schon unterwegs. Gut, sie haben das Schlimmste verhindert. Beim Einsturz einer Brücke über dem Wasser besteht die Gefahr, dass viele Opfer erst einmal geborgen werden müssen, ehe sie versorgt werden können. Und das muss schnell geschehen. Ihr Feuerwehrtaucher kann im Wasser versunkene Objekte ausfindig machen. Dann können sie vom Bergefahrzeug gehoben werden. Bei den Fahrzeugen eingeklemmte Personen können sie mit einer Rettungsschere befreien. Und dann können sie mit einer Rettungsschere befreien. Ja. Das können wir machen. Gut, das Ergebnis ist jetzt nicht so... gut. Also 54% ist immer noch über die Hälfte. Aber naja. Ganz zufrieden bin ich damit auch nicht. Aber ich wiederhole das jetzt auch nicht, weil es hat schon seine Zeit gedauert, ne? Ich würde sagen, bis dann, haut rein und ciao. Chau. So. Vielen Dank.